Hey Bram, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Welt, Herr Schaftern, uns zu reißen. Heute Abend, Pinky, werden wir eine Party veranstalten und die ganze Welt wird daran teilnehmen. Wir werden eine Rakete mit Milliarden von winzig kleinen, selbstklebenden Spiegeln auf den Mond schießen. Wenn wir sie dann zünden, werden die Spiegel die gesamte Oberfläche des Trabanten verkleben und ihn so zu einem gigantischen Disco-Spiegelball machen. Während die gesamte Menschheit ihre letzten wachen Momente im Disco-Rausch verbringt, erobern wir dann den Planeten. Ist mir das enorme Potential von Druckerzeugnissen bewusst, die Massen zu erwecken? Massen zu erwecken, die Massen zu erwecken. 、、, SAND Awareness Mann hat es geschlossen, preaching! Oh, ja, wir laufen von classischen Rande Theory. Das ist einfach nicht zu Object gegeben, wenn wir sie keineуки investieren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.